Und, ähm, also jetzt sind ja gerade Ferien, also, die sind eh bald fertig, so dauert bis morgen, glaube ich, ja, also morgen ist noch frei, ähm, und ich dachte mir, ich mach mal wieder ein Video, und sorry, dass kein Video kam, aber ich hatte nie so Zeit und so richtig Lust, und ich hatte auch keine Idee mehr, so richtig. Meine Freundin war erst, also, bei uns, also sie ist mal kurz weggefahren, einen Tag, und dann hat sie mir was mitgebracht, das haben wir eigentlich schon ausgemacht, dann will ich anfangen, und zwar fangen wir mit der ersten Sache an, ihr könnt euch vielleicht schon denken, ja, es ist Belou, der Happy Spring, den hat sie mir mitgebracht, weil bei uns gibt es eigentlich keinen Belou, und ich bin so froh, dass sie mir genau diese Seite mitgenommen hat, die ist so mega cool, das ist ja diese Edition, glaube ich, gell, ja, das ist, glaube ich, die Edition, ja, und noch was, und zwar was von Schleich, und zwar den Anna Lucia Hengst, der Anna Lucia Hengst, der hat nur den Sattel und die Trense gerade von meiner lieben Marie drauf, weil, also, mir gehört der halt, also, weil das ist Marie, und ich heiße sie auch Marie, und ich spiele die eigentlich meistens immer, ich, also, das bin ich eigentlich, und ich habe jetzt gerade den Hengst, ja, insgesamt hat Marie jetzt drei Pferde, so, ja, die Haflingerstute Escala, den Haflinger Hengst Amigo, und ihn werde ich wahrscheinlich Silver Moon nennen, oder sowas, ja, ich muss noch einen Namen überlegen, und in den Pferden habe ich auch mal eine lange Weilezeit gehabt, und deshalb habe ich auch was gebastelt, auch wenn sie jetzt in meinem Zimmer keinen Platz gefunden hat, es müsste ja auch mal unten stehen, weil es nicht gerade klein ist, das ist aus meinem Karton gemacht, ja, und hier vorne ist es eingeschnitten, was könnte es denn sein, ratet mal in den Kommentaren, stoppt das Video und ratet mal, ja, also, es ist, so ein Stall, wie man das nennen kann, hier sind hier so kleine Noppen, Noppen dran, hier war also vier Noppen, also so zum anbinden, und eine normale Box, aber die weiß ich nicht, was ich mir doch sonst machen soll, und es hat noch keinen Gebrauch kurz gefunden, ich habe das nur aus Langeweile gebastelt, aber ich finde, eigentlich im Großen und Ganzen sieht es ganz gut aus, ich könnte mir da vorstellen, wenn man zum Beispiel den Putzplatz hat, kann man den Putzplatz hier hoch hinmachen, und hier so eine Futterkammer oder sowas hinbauen, nur immer ein Schleichhof, und oben hat es nicht mehr Platz, und hier hängt auch noch ein Halfter, und dann habe ich auch schnell zusammen, ein Knotenhalfter, ein schnelles, komm mal hier, so, so ein Halfter halt, natürlich ein Strick, und hier hängt der Strick noch, hä? Ach, hier hängt der Strick noch runter, und hier hängt das, ja, und das war es eigentlich von meinem kleinen Video, bitte abonnieren, und ich finde, und ich habe wieder mal drei D-Abos, und das ist ja super schön, ja, ich hatte zuerst 80 bekommen, habe ich mich doll gefreut, das hatte ich jetzt auch länger schon behalten, aber dann jetzt, also, dann habe ich gestern aufgeschaut, 82, und jetzt auf einmal 79, ja, ich hoffe, das ändert sich schnell wieder, wir schaffen jetzt die 80, und, also, ich würde mich schon wieder freuen, wenn wir die 80 wieder schaffen würden, das ist eine runde Zahl, und ich mag runde Zahlen, und ich rede sehr viel, aber trotzdem nochmal danke, und, was wollt ihr eigentlich, so, ähm, als nächstes Video, schreibt mir doch einfach mal eine Video-Idee in den Kommentaren, würde ich sagen, und, ciao, Leute! Das war's für heute.